Was ist denn eine grüne Hauptstadt? Wem gehört der öffentliche Raum? Was heißt Klimaschutz für die Stadt? Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück. Wir haben Antworten. Auch für überholte Mega-Bauprojekte, wie zum Beispiel die A100 am Treptower Park. Unsere Idee schafft nachhaltigen Verkehr, mehr Lebensqualität und ein besseres Stadtklima. Und sogar Platz für neue Wohnungen entlang der ganzen Strecke. So wird Berlin klimaneutral und bleibt mobil. Eine Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, damit unsere Stadt auch beim Verkehr in die Zukunft investiert. Geht das? Klar geht das! Jetzt Grün wählen für Berlin!